Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Ja, ja, ja! Hallo, ich bin Emmi. Und ich bin Sophia. Und heute spielen wir Neongolf. Norddeutscher Rundfunk 2021 So, weichern. Vielleicht wundert ihr euch, warum wir diese Brillen anhaben. Das sind nämlich 3D-Brillen. Damit können wir alles in 3D sehen. Alles sieht hier zwar schön aus, aber mit den Brillen sieht es viel echter aus. Pharmix! Echt? Echt? Echt! Kinder, die unter 1,15 Meter sind, dürfen nicht bei Neongolf reinkommen. Die Kinder dürfen nur mit einem Erwachsenen spielen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir haben jetzt alle 18 Baren gespielt. Mir hat es am meisten gefallen, dass hier alles voll schön ist. Und mit den 3D-Brillen sieht alles voll echt aus. Am meisten hat mir gefallen, dass es drei Räume gibt mit drei verschiedenen Motiven. Wir kommen bestimmt bald wieder.